Der Mercedes Geländewagen passt genau von dem John Deere in den Anhänger. Ich mache jetzt den Laubtest. Ich fahre beide Fahrzeuge durchs tiefe Laub. Okay, er schafft es nicht. Mal sehen, ob der Mercedes durch das Laub schafft. Barbie fährt. Mercedes Geländewagen. Unglaublich cool. Geht besser als mein John Deere. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017